Hi, ich bin Sebastian, einer der Mitgründer der Desire GmbH. Und bis der Fahrstuhl unten angekommen ist, hätte ich schon eine virtuelle Welt zusammengebaut. Denn mit der Desire Engine unserer Software revolutionieren wir den Design- und Erstellungsprozess von großen, stimmigen, virtuellen Welten. Heutzutage braucht man für die Erstellung einer solchen Welt eine Vielzahl von Tools und ist ein aufwendiger, iterativer Workflow. Wir verbinden erstmals Automatisierung, Semantik und die Einbeziehung des Zufalls, um große, stimmige virtuelle Welten quasi auf Knopfdruck erzeugen zu können. Somit bieten wir einen großen Zeit- und Kostenvorteil für unsere Kunden. Außerdem machen wir das Ganze so einfach, dass wirklich jeder eine virtuelle Welt erstellen kann und man Parameter wie das Klima der Welt über einfache Slider steuern kann. Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen und mit Desire schafft ihr das auch. station. In diesemgio hat die Welt